Stop! Da sind wir wieder. Ich habe jetzt auch das Cycler-Rifle freigeschaltet. Das ist so ein... ja genau. Es ist halt so ein... ups... ...Snapper-Gewehr würde ich mal sagen. Es hat auch so ausgeschaut, als könnte man damit auch schön one-hitten. So, dann machen wir dem Imperium mal alle Ehre. So, dann machen wir den Imperium mal alle Ehre. Nein, also mit dem... ...Zielfeindrohr komme ich gar nicht zurecht. Also, ich glaube ich versuche es einfach... ...einfach immer auszuschießen. Aber wenn die halt dann zu weit weg sind, dann geht es halt nicht immer so einfach. Oh. Ich würde einfach mal behaupten, dass das jetzt nicht so gut war. Ich würde gerne mal so eine... ...Snapper-Position einnehmen, aber... ...ich weiß auch gerade gar nicht so, wie ich... ...wo hinten sollte... Ja, gut, gut, gut. Dann gehen wir halt immer ganz außen rum hier. Vielleicht können wir dann hier jemanden überraschen. ... 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